Ich erzähle Ihnen jetzt das Geheimnis von Thermostop Plus und wie ich darauf gekommen bin. Es gibt eine Gebäudehülle, eine Verbindung und eine Aussenhülle. Unglücklicherweise gibt es einen Wärmeverlust und Kälteverlust zwischen Aussenhülle über diese Verbindung zur Innenhülle und umgekehrt. Wenn man so im Restaurant sitzt und aufs Essen wartet, da kommt manchmal eine gute Idee. Und die ist hier gekommen. Und zwar, man nimmt einen Bierdeckel, setzt das zwischen dieser Verbindung und der Gebäudehülle und schon passiert, dass der Wärmeverlust oder der Kälteverlust deutlich reduziert wird. Tja, und so habe ich Thermostop Plus erfunden. Das war 1990. Unterdessen haben wir über 80 Millionen Thermostops produziert und so eine Vielzahl von Gebäuden energieeffizienter ausgerüstet. Der Isolator Thermostop Plus minimiert den Wärmeabfluss zwischen Konsolen und Untergrund effizient. Zudem verhindert Thermostop Plus die Bildung von Tauwasser im Winter zwischen dem warmen Untergrund und den harten Konsolen. So ist er gleichzeitig Isolator und Korrosionsschutz für die Konsolen. Die Mehrkosten, die durch Thermostop Plus entstehen, sind in der Regel bereits nach sechs Monaten durch die Einsparung von Heizenergie amortisiert. Thermostop Plus enthält keine giftigen oder minder giftigen Gefahrenstoffe. Das Material ist frei von FCKW, PCB, PCP, Asbest, Formaldehyd, Bioziden und Weichmachern. Produktionsrückstände sowie Thermostop Plus Isolatoren werden am Ende des Lebenszyklus vollständig recycelt und als Regranulat bei der Herstellung neuer Bauteile wieder eingesetzt. Thermostop Plus lässt sich auch in anderen Bereichen zur Minimierung von Kältebrücken einsetzen, beispielsweise bei Verbindungen von Fenstern, Balkonen, Vordächern, Handläufen und Sockelprofilen sowie bei Durchdringungen bei Wärmeverbundsystemen. Kältebrücken 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 Wie Sie sehen, hat Thermostop Plus nur Vorteile. Sie können echt Geld sparen oder es besser investieren. Frau Lein, kann ich noch ein Bier haben? Zum Wohl. Danke vielmals. Das liegt jetzt drin. Schliesslich habe ich das auch bei meinem Haus eingesetzt und Thermostop Plus verwendet. Thermostop Plus ist so bekannt geworden, dass es in ganz Europa zu einem Gattungsbegriff geworden ist. Thermostop Plus ist das Original. Das ist das Original. Das Original After Untertitelung des ZDF, 2020